Was kann man denn so fragen? Keine Ahnung, es gibt ganz viele Sachen, was man fragen kann. Russland ist wirklich ganz anders. Ja, Russland ist sowieso anders. Warum essen russische Frauen so viel Filmeni und werden nicht fett? Gibt es viele Kommunisten hier? Wieso sind alle Gebäude so gigantisch? Seid ihr wirklich alle religiös und trinkt ihr wirklich so viel immer? Warum gibt es in Moskau eine zentrale Heizung? Warum sind alle Türen in Moskau gepolstert? Warum lächelt ihr nie in der U-Bahn? Warum haben alle Russen eine Dacia? Was hält hier vom Westen? Wieso sehen junge russische Frauen immer so perfekt gepflegt aus? Sogar ihre Nägel! Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Пока, пока! Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.